Hallo ihr, ich stelle euch heute die Musik-App Shazam vor. Mit dieser könnt ihr Musiktitel und Künstler ganz einfach identifizieren. Fragegegeben ist die App laut AGB ab zwölf Jahren. Nachdem ihr die App geöffnet habt, könnt ihr sie sofort nutzen. Einfach den gesuchten Song im Hintergrund abspielen lassen und schon sucht die App nach dem richtigen Musiktitel und zeigt gegebenenfalls sogar noch den passenden Songtanks dazu an. Shazam lässt sich auch ganz einfach mit eurem Facebook-Konto verbinden und schon könnt ihr sehen, welche Musik eure Freunde mit Shazam taggen. Darüber hinaus bietet euch die App die aktuellen Charts auf einen Blick und auf der Landkarte könnt ihr alle getaggten Songs in eurer Umgebung sehen. In den Einstellungen könnt ihr beispielsweise einstellen, ob eure Ortsdaten mitversendet werden sollen. Mehr Infos zur Musik-App und dem Datenschutz findet ihr natürlich auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.